30% mehr, in nur 6 Jahren. Wie viel Bier trinken Sie denn am Tag? 8 Flaschen, 9 Flaschen, aber mehr nicht. Meistens wann? Unter der Arbeitszeit. Heute nicht, ich bin in Urlaub, aber sonst trinke ich schon in der Arbeit. Ich trinke 2 Liter Wein am Tag. 2 Liter Wein? Bier auch noch dazu? 1 Liter. Werden Sie da nicht müde? Nein, ich arbeite mich aus. Was sind Sie vom Beruf? Fleischhain. Brauchen wir das in Ihrem Beruf? Freilich, trinkt ja jeder.